Was sagst du eigentlich zu dem schönen Wetter? Ist doch nicht schön. Ja, jetzt ist doch gerade wieder schön. Ja, voll. Okay, was hast du die letzten Tage zu dem Wetter gesagt? Wenn du zum Beispiel mal, sagen wir mal, du triffst deinen Cousin so auf der Straße und sagst so, oh, guck an, und erst mal Wetter drüber reden, Smalltalk, was sagst du dem dann? Ich sag jetzt so, die Sonne brennt so starr, mein Nacken ist verbrannt, ich geh jetzt nach Hause und zock. Und, springen wir gleich im Pool, von hier. Ja, von hier. Auf den Pool drauf. Oh, geil. Lecker. Schön sieht's draußen aus. Guck mal da, gehen wir nochmal kurz ein bisschen mal ranzoomen hier, schön, was da gibt. Oh, lecker, guck mal, Messer, Magic Man, Gabeln, oh, ne Wurst. Schau mal, ist noch ne Wurst. Wurst, aber da ist ja ne Wurst. Wurst gibt's auch noch lecker. Oh, lecker Wurst. Schön, du. Deswegen ist das Wetter auch nicht mehr so gut, weil er nicht aufgegessen hat. Die Wurst. Ja. Möchtest du gerade Recherche hier? Ja, ja. Das ist... Echt, den Twitter-Post, den Twitch-Post auf Twitter müssen wir da mit reinpacken. YouTube Gaming, was steht da, welcome to Admir und Google. Admir und Google Plus Kappa. Google Plus. Mit einem Seitenhieb auf das gefloppte soziale Netzwerk Google Plus. Haben wir eigentlich auch damals versucht, irgendwie Facebook-Onkurs zu machen. Hat nicht so gut funktioniert. Ja. Ah, schön. Wir sind hier, Knopf. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020